Willkommen zum Montagevideo vom Modicab Soundkit für die Quest 2. Was benötigen wir? Einmal den Kabelsatz und die zwei Kopfhörer. Die Kopfhörer sind einmal mit links beschriftet und R für rechts. Als erstes müssen wir diese Halterung öffnen. Wir halten hier einmal fest, hier unten an dem Punkt, wo der Daumen ist und hebeln hier einmal hoch. Schon ist diese Halterung geöffnet. Das Ganze machen wir auf der linken Seite jetzt auch schon mal. Einmal festhalten, hier ein bisschen nach oben ziehen und schon ist die Halterung offen. So, jetzt montieren wir die rechte Seite. Wir gehen einmal mit dem Kopfhörer hier durch, innen. Und führen diese Halterung einmal hier lang. Und jetzt müssen wir einmal hier gegenhalten und die Halterung wieder hier einschnappen lassen. Und schon ist die Halterung für rechts befestigt. Das Ganze machen wir jetzt auf der linken Seite auch. Einmal hindurchführen. Wieder schließen. Und schon sind die beiden Kopfhörer montiert. Als nächstes montieren wir den Kabelsatz. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen zuerst den Klinkenstecker, stecken den in die linken Boxe ein. Dann nehmen wir uns den roten Stecker, führen den einmal hier durch die Schlaufe. Gehen einmal hier runter durch. So. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn wir diesen Stecker aufstecken, dass das R, also die Beschriftung, immer nach außen zeigt und nie nach innen. Sonst können wir die Buchse von dem Kopfhörer zerstören. Also immer darauf achten, Beschriftung nach außen. Und jetzt stecken wir ihn auf, bis es einmal ein bisschen klickt. Und das Ganze machen wir auf der anderen Seite jetzt auch. Einmal mit dem Kabel hier durch. Und wieder L nach außen und in die Kopfhörerbuchse stecken. Und fertig ist die Montage vom Modicap Soundkit für die Quest 2. Viel Spaß damit.